Hallo ihr Lieben, herzliche Grüße aus Dresden. Ich möchte euch informieren. Es gibt wieder einen Workshop, Schluss mit Lampenfieber, der startet diese Woche am Mittwoch um 19 Uhr. Hol dir den Anmelde-Link und sei dabei. Es ist so, so schade, dass so viele Menschen immer noch unter Lampenfieber, Unsicherheit, Nervosität leiden. Nächte vor ihrem Auftritt nicht schlafen können, zittern, unangenehmste Gefühle haben. Es ist fürchterlich und noch dazu haben sie Angst. Die anderen könnten es bemerken und sie für unkompetent halten. Es geht bei vielen sogar so weit, dass sie befürchten, ihren Job zu verlieren. Leute, das muss nicht sein. Ich trete seit vielen Jahren dafür an, dieses Tabuthema Lampenfieber auch in den höchsten Kreisen und bei Top-Managern zu enttabuisieren und dem Lampenfieber-Symptom den Garaus zu machen, weil es einfach erstens nicht notwendig ist und zweitens, weil es genügend wunderbarste Methoden gibt, um das in den Griff zu bekommen. Ja, vielleicht hast du schon vieles probiert und es ist dir bisher noch nicht gelungen. Darum sei dabei beim Workshop, komme, hör dir das an, erfahre, wie es tatsächlich geht. Ich habe schon über tausend Menschen geholfen, ihre Unsicherheiten, Ängste, Sorgen, Lampenfieber beim Präsentieren, beim Auftreten, beim Sprechen vor anderen, beim Musizieren, Singen, egal bei welcher Leistung, vor Augen anderer zu überwinden und zu lösen. Einfach, schnell, anhaltend. Also, ich freue mich auf dich, deine Maria Starybacher.